Als Leiterin der Versammlung haben Sie darauf zu achten, dass keine Verstöße gegen strafrechtliche Bestimmungen erfolgen. Also, ihr dürft hier keine Straftaten begehen, da will ich gleich mal auf das Versammlungsgesetz hinweisen. § 17a Versammlungsgesetz verbietet es, Gegenstände zu tragen, die dazu geeignet sind, die Identität zu verschleiern. Maske tragen auf dieser Versammlung ist verboten. Das heißt, die Polizei wird mit Hilfe der Ordner alle Menschen, die hier auf dieser Versammlung eine Maske tragen oder eine ähnliche Gesichtsbedeckung von dieser Versammlung ausschließen müssen, weil das eine Straftat darstellt. Wer sich an meine Rede in Bückelburg erinnern kann, da habe ich den Polizisten genau das gesagt. Heute schmeißt er die runter, die keine Masken tragen. Nächste Woche die, die eine Maske tragen. Es ist so irre. Ich weiß, dass die KrVEN ist, wie es die Wand dann geliebt hat.